Hallo Peter, hier Udo. Es ist Viertel nach sechs. Ich sitze zu Hause und unterhalte mich mit meinen Möbeln. Ein ganz braver bist du? Ein ganz braver, ja. Hey, aus, hoi! Aus! So, 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 so! Ach, der Anzug! Hey, der Kittel, die Hosen können doch nicht schwätzen. Ach ja, blöd von mir. Sprechen können nur Kissen, Tachpanschuhe, Pizzen, Jacketts. Au! Arschloch. Das hat nicht gehört! Au! Finde ich gut, dass sie die negativen Gefühle ausschleben. Nach wie habe ich sie so schnell rennen sehen? Weltverdächtig! Weltverdächtig! Sag noch was? Oh, du bist ein Frauen-Scheck! Genau, seine Frauen weg! Hallo! Ich bin... Ich drück auf! Ich weiß genau, wozu du das Kissen brauchst! Ich mach dich nur lustig! Das gibt es sprechende Dinge! Dinge, die sprechen können! Das gibt es! Habe ich recht, Dinge? Habe ich recht? Darf ja noch Fragen? Nein, darf man nicht! Wir sind nicht mehr zusammen! Ich bin in meiner Welt! Bin in meiner Welt! Tu, was mir gefällt! Was ist denn schon frei? Ich bin freier! I want to get higher and high and high! Ich bin, wie ich bin! Meinst darstension... Ich bin, wie ich bin. Ich bin übrigens ein wenig Zeit vor patroc! Wie immer soll ich hier sein geben? Untertitelung des ZDF, 2020